Wer möchte einen kleinen Drehwurm haben? Oh, eine Sonnendrehscheibe! Ich liebe es, wenn Sunshine Berchi sich um unsere Spieltage kümmert. Sunshine Berchi, das hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass es dir gefallen hat. Du weißt genau, wie du dein Bauchzeichen benutzt, um Spaß zu machen. Wenn ihr denkt, das war schon alles, dann versucht das mal. Das ist bis jetzt meine beste Spaßrutsche. Die ist viel zu hoch und bestimmt sehr schnell. Keine Sorge, ich werde als erster Probe rutschen. Das müsst ihr ausprobieren. Oh, Sonnenschein Berchi, sieh doch nur! Oh, mein Bauchzeichen ist weg. Hm, ich wusste doch, dass die Rutsche zu schnell ist. Dein Bauchzeichen schwirrt im Wasser. Ich hole es mit einem Sonnenscheinfluss zurück. Oh, ach, das geht ja gar nicht. Vielleicht schaffe ich es. Nein, heiligern Berchi, du musst so paddeln wie ich. Drum, Berchi, wir drehen uns im Kreis. Oh nein! Oh, was soll ich jetzt nur machen? Keine Angst, wir werden dir helfen. Wir könnten ja ein Fangnetz holen oder sowas. Danke, sehr lieb. Aber ich denke, es ist wirklich weg. Es tut mir sehr leid. Ich kann mir gut vorstellen, wie Sonnenschein Berchi sich fühlt. Hm, ich verstehe nicht, wie man sein Bauchzeichen einfach so verlieren kann. Du hast recht. Irgendwas muss das verursacht haben. Aber was? Genau. Und dann eins. cious!